Die Trizepsübung, French Press oder auch das Nosebreaker, leider auch hier immer viel zu schnell ausgeführt. Kein Zielmuskelfokus, viel zu kurze Bewegungen und die Ellbogen zu weit nach außen gedreht und somit nicht am Zielmuskel. Die korrekte Bewegungsausführung, French Press, Oberarme senkrecht, Ellbogen nach innen Richtung Brust, langsam nach unten, kurz anhalten, Stopp und nach oben raus, Zielmuskelfokus, Zielmuskel anspannen.